Frankfurt ist eigentlich eine coole Stadt, vor allem für Studenten. Man hat hier sehr, sehr viel kulturelles Angebot, Oper, Theater, Museen. Ich mag diese grünen Ecken der Stadt, weil für mich ist eine Stadt auch nur dann schön und lebenswert, wenn ich irgendwie einen Naherholungsbereich in der Nähe habe. Das bringt nichts, wenn nur ich mich dafür einsetze. Es ist wie so ein Schneeballprinzip. Wenn ich andere Leute darauf anspreche, die auch darüber nachdenken, dann vielleicht wir mit anderen Leuten reden, dann können wir auch alle zusammen dieses Ziel einer sauberen Stadt erreichen. Denn wir wollen hoch hinaus, hoch hinaus, die Welt von Frankfurt sehen. Denn wir wollen hoch hinaus, um dieses Spiel noch drehen.